Mit unseren Rahmen aus Altholz gestalten wir Einzigartiges. Im Produkt Memory Frame fixiert man mit Klemmer, Fotos, Notizen oder Karten auf die Kordel in einem Altholzrahmen. Der Bilderrahmen aus Altholz komplettiert unser Sortiment. Seit Ostern bieten wir zusätzlich den Memory Frame im frischen Frühlingslokal. Auf diesem Rahmen sind zusätzliche Reagenzgläschen für Blumen befestigt. Alle unsere Rahmen bestehen aus wiederverwertetem regionalen Altholz, den wir selbst abbauen. Guten Morgen miteinander. Wenn ihr gesehen habt, haben wir viel zu tun, dann gehen wir an. Das freiterte Holz hat über Jahrhunderte, sind ganz individuelle Charme und Charakter entwickelt. Mit Hilfe von Geissfüssen und Brecheisen versuchen wir die Latte der Hauswand möglichst unbeschädigt zu lösen. Jede Latte erzählt ihre eigene Geschichte und variiert in Struktur, Farb und Form. Mit jedem von unseren Rahmen wird die Geschichte weitergetragen. Anschliessend werden alle Eisenägel aus der Latte entfernt. Verhaltensauffällige Jugendliche in einer akuten Lebenskrise erhalten im Jugenddorf Bad Knutwil eine Chance auf eine Berufsbildung. Wir stehen hier in der Trainingswerkstatt des Berufsfindungsprogramms. Die Jugendlichen, die hier arbeitslos arbeiten, sind in diesem Programm der Berufsfindung, das zwischen Schul- und Lehrübertritt stattfindet. Das heisst, sie kommen hier hin und werden schrittweise an dieser Arbeitswelt hergeführt, damit sie nachher in eine Lehre steigen und entsprechend vorbereitet sind. Nach der Verarbeitung im Jugenddorf wird die Teamarbeit in der Montage vorgenommen. Zuerst werden die Ringholzschrauben ins Holz eingetragen und anschliessend die Schnür gespannt. Zum Schluss kommt an jeder Rahmen noch die Aufhänge vorrichtig dran. Zum Schluss danken wir Ihnen herzlich für Ihr Interesse und Ihre Stimme. Zum Schluss.